um jetzt kommt es trüffel erstmal nach was ist die brettspielwelt nein ich habe noch was geschrieben ich habe schon so viele aufträge ich bin in Wien ich habe nicht genug platz scheiße 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 ja warum sagt mir keiner dass ich zu wenig habe Mann und Mist ne ich check das Spiel gerade nicht da ist irgendwas mit LKWs und irgendwas mit Städten ja das ist auf Achse wegen guter Kundenbetreuung darfst du dir von den vier offenen Auftragskarten eine Karte deiner Fall kostenlos mit ihm hehehe 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 tolle Wurst so pfff ich nach ich nehme den so bin ich dort dran bin ich dort heftige Stürme und ein Wolkenbruch für hin erfordert langsames Fahren alle Spieler dürfen eine Runde nur mit nur einem einzigen Würfel fahren hehehehe gut jetzt ist so die Frage wer hat das Baustellenschild dahin gesetzt ach scheiße ich war das ja hobs schöne Scheiße steht ja immer noch von mir da mhm oho hehehe schöne Schiss na super pfff hier ist noch diese geile Idee gekommen dann packen wir mal erstmal woanders hin hehehe aber wir wollen uns ja auch nicht gegenseitig behindern, ne? oi ihr seid behindert? du kommst an einem defekten LKW des Kollegen vorbei hilfst du oder hilfst du nicht? pfff hehehe so eine blöde Scheiße das hätte ich gerade brauchen können oh danke für die Hilfe so 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 heimern noch hoppen so so komm komm verletz mal das Baustellenschild irgendwo hin wo es keiner ist wo es keinen stört so 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 ich wage jetzt mal eine kleine Voraussage die Runde werde ich verlieren mhm da hab ich's da hab ich's das hab ich's so leicht im da hab ich's so leicht im das ich diese Runde verliere nicht einfach da hab ich's nicht gesagt ich hab noch einen Auftrag der komplett für die Tonne ist das dürfte dein riesenglück sein da hab ich's ins da gucken wir mal Baustelle zwischen Kassel und Frankfurt jay ok da kannst du ja nix für da kann ich gar nix für da kann ich gar nix für du kannst einen Kollegen über einen unerwarteten Stau fahren hm äh wo geht's denn wo geht's denn wird der Livestream auch auf Youtube hochgeladen? äh zum Teil dann kannst du doch eigentlich sonst ist was ruhig ein bisschen Musik im Hintergrund laufen lassen äh lass dich im Hintergrund echt? aber die ist voll leise wohl glaube ich ja ich hab vorhin immer nur Hupen gehört so ich dreh's jetzt ein bisschen höher ja warte ich mecker gleich ob's geht oder nicht oder ist ja nix sei dass du meckerst ja eben also jetzt hab ich hier einen vollen Ausschlag also ich denke mal jetzt sollte man es hören jetzt ist die Musik ein bisschen zu laut und ich finde auch der Teamspeak von uns der ist total laut das wir so ein bisschen übersteuern beim reden ja ja dann schalte ich mal auf 75% und den Teamspeak wo hab ich euch? ja testen test 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 ja 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 jetzt ist es ein bisschen ansprechender jetzt ist es ein bisschen ansprechender das hat er mal das Glück ja mhm bish biste ähm aber jetzt hört sich dem niemals so schlimm an, ne? ja komm jetzt gerade erst an, ähm ist besser ja okay So, wo bin ich denn noch da? Da habe ich ja die Auswahl zwischen dem einen und dem anderen Würfel. Ach du bist doch. Ganz ganz lieber Junge. Oh Mist, der hat doch noch einen kurzen Aufklag. Und dann läuft der Livestream dann auch flüssig. Äh, so. Boah? Die Runde verkack ich glaube ich voll. Ah, das ist nicht gesagt. Der hat noch das Glück und kriegt eine 6, ey. Der ist fast direkt in den Grad schon. Ja. Vergesst nicht, ich muss noch nach Rotterdam hoch, ne? Ach du hast noch vier Aufträge. Mhm. Vielleicht spielt der das schon? Äh, die zweite Runde jetzt. Äh, ja. Und was wird danach gespielt? Ist das schon? Äh, ja. Gucken wir mal. Und was wird danach gespielt? Ok, hab ich gewusst. Aber, in der Zwischenzeit, geh ich mal ganz kurz aufs Klo. Bis gleich. Oh, Headset abgerissen. Geh es mit muten. Geh es mit schäu. Geh es mit muten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020